Hallo Leute willkommen zu meinem Format. Ja und also ja es ist jetzt vieles passiert in letzter Zeit hier auf dem Kanal und ja also Fabian ist ein eigenes Format und wo so ein bisschen verschiedene Sachen drauf kommen. Ja er macht einfach Videos. Ja kann Sport haben. Und deswegen ist dieses Video auch unter seinem Format weil es geht ja auch um sein Format und ich habe jetzt einen eigenen Kanal aufgemacht. Den werde ich dann hier oben verlinken nochmal. Und da wird also wie sinnlose Gesetze bekommt da auf diesem Kanal auf jeden Fall. Dann noch ein paar YouTube News ein bisschen und was völlig neues Mythen. Also es geht jetzt nicht um Videospielmythen wie iBlady zum Beispiel macht und auch in Filmenmythen oder sowas. Also etwas was ich jetzt noch nicht gemacht habe. Könnt ihr schon mal abonnieren hier oben um nichts zu verpassen. Und auf diesem Kanal gibt es jetzt bald auch Gaming. Genau. Let's play's, together, alles drum und dran, Börse, Schilde und etc. Blablabla. Battles gibt es auch immer noch auf dem Kanal. Also es bleibt ja nicht alles so wie es schon ist. Getsche auch. Bloß es kommt jetzt halt Gaming zusammen. Äh Gaming noch dazu. Ja. Mein eigener Kanal. So ein eigenes Format. Und ja. Danke an fast 30 Abonnenten und bei 50 Abonnenten gibt es eine super Special. Genau. Und da wird dann was auf euch zukommen. Lässt du dich überraschen. Ja. Aber schon wieder aus der Planung. Genau. Äh und ja. Und wie dann weiter geht es dann halt mit 200 Abonnenten. Also es kommt erst noch dann. Ja. Wenn es zu weit ist natürlich. Ähm. Ja. Also fleißig abonnieren, dass ihr die 50er Marke überschreitet. Und dass ihr das Special sehen könnt. Ja. Ähm. Eigentlich gibt es jetzt hier sonst nichts zu sagen. Das war jetzt ein kurzes Video. Ja. Um mal ein bisschen so aufzupellen, was das hier mit dem Kanal ist. Ja. Und den klarstellen. Auf jeden Fall. Die Videos sind hier auf diesem Kanal. Es gibt äh noch keine. Also es sollte ja eigentlich jetzt dienstags oder freitags kommen. Aber ähm. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir jetzt zurecht kommen. Weil das Schuljahr ist jetzt auch fast zu Ende. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit in den Ferien. Dann beginnt ja schon die nächste. Nächstes Jahr wieder. Und das ist dann sehr wichtig. Für Abschluss und sowas. Und deswegen haben wir jetzt noch keine geregelte Zeit. Und hier auf dem Kanal weitergehen mit Sketchen und sowas. Natürlich wie gesagt schon. Also. Also. Seid gespannt. Wir werden dann versuchen uns auch immer zu bessern. Mit lustigen Sachen. Ja. Erstmal hast du was zu deinem? Grüß dich halt. Grüß eure Eltern würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Grüß dich halt. 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 Grü